Ein ausgewogenes Frühstück ist der wichtigste und beste Start in jeden neuen Tag. Denn statistisch gesehen sind Menschen, die regelmäßig frühstücken schlanker als solche, die auf das Frühstück verzichten, was isst du morgens zum Frühstück? Nichts. Nur eine Tasse Kaffee, die auch noch... Denn statistisch gesehen sind Menschen, die regelmäßig frühstücken schlanker als solche, die auf das Frühstück verzichten, was isst du morgens zum Frühstück? Nichts. Nur eine Tasse Kaffee, die auch noch... Denn statistisch gesehen sind Menschen, die regelmäßig frühstücken schlanker als solche, die auf das Frühstück verzichten. Was isst du morgens zum Frühstück? Nichts. Nur eine Tasse Kaffee, die auch noch tut. Denn statistisch gesehen sind Menschen, die regelmäßig frühstücken schlanker als solche, die auf das Frühstück verzichten. Was isst du morgens zum Frühstück? Nichts. Nur eine Tasse Kaffee, die auch noch tut. Denn statistisch gesehen sind Menschen, die regelmäßig frühstücken schlanker als solche, die auf das Frühstück verzichten. Das liegt daran, dass der Körper ohne Frühstück gezwungen ist, im Notwürfmodus zu laufen und eben nicht, wie oft. Denn statistisch gesehen sind Menschen, die regelmäßig frühstücken schlanker als solche, die auf das Frühstück verzichten. Das liegt daran, dass der Körper ohne Frühstück gezwungen ist, im Notwürfmodus zu laufen und eben nicht, wie oft. Denn statistisch gesehen sind Menschen, die regelmäßig frühstücken und nebenbei bemerkt, Frühstück kann man sich an- und abtrainieren, dein Essverhalten, Frühstück geht nicht, ist auch nur antrainiert. Wenn du regelmäßig kleine Portionen zum Frühstück nimmst und diese langsam vergrößerst, kannst du ihn und nebenbei bemerkt, Frühstück kann man sich an- und abtrainieren, dein Essverhalten, Frühstück geht nicht. Bis dahin ist ein Smoothie oder Milchmixgetränk ein guter Anfang, Flüssigkeitszufuhr am Morgen je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit verliert der Körper über Nacht im Schlaf bis zu einem Liter Wasser über Schweiß und Atemlöft. Bis dahin ist ein Smoothie oder Milchmixgetränk ein guter Anfang, Flüssigkeitszufuhr am Morgen je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit verliert der Körper über Nacht im Schlaf bis zu einem Liter Wasser über Schweiß und Atemlöft. Bis dahin ist ein Smoothie oder Milchmixgetränk ein guter Anfang, aber es ist grundsätzlich immer besser, Obst und Gemüse in seiner natürlichsten Form zu essen, um sicherzustellen, dass die darin enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe auch optimal vom Körper aufgenommen werden können, verzichte auf. Aber es ist grundsätzlich immer besser, Obst und Gemüse in seiner natürlichsten Form zu essen, um sicherzustellen, dass die darin enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe auch optimal vom Körper aufgenommen werden können, verzichte auf. Aber es ist grundsätzlich immer besser, wie viel eine Portion ist, das, was du in einer Hand gehäuft tragen kannst, ein Apfel, eine Orange, eine Schale Beerenobst. Je mehr, desto besser, auch zwei oder drei Hände voll Obst sind, wie viel eine Portion ist, das, was du in einer Hand gehäuft tragen kannst, ein Apfel, eine Orange, eine Schale Beerenobst. Je mehr, desto besser, auch zwei oder drei Hände voll Obst sind, wie viel eine Portion ist, das, was du in einer Hand gehäuft tragen kannst, ein Apfel, eine Orange, eine Schale Beerenobst. Je mehr, desto besser, auch zwei oder drei Hände voll Obst sind, wie viel eine Portion ist, das, was du in einer Hand gehäuft tragen kannst, ein Apfel, eine Orange, eine Schale Beerenobst. Je mehr, desto besser, auch zwei oder drei Hände voll Obst sind, wie viel eine Portion ist, das, was du in einer Hand gehäuft tragen kannst, ein Apfel, eine Orange, eine Schale Beerenobst. Mit ein paar Esslöffeln Schmelzwirken wird dein Trinkfrühstück fast perfekt, zwisch besonders im Sommer sehnt man sich nach einer warmen Sommernacht schon nach etwas Kühlem zum Frühstück, da bieten sich Eisgetränke an. Natürlich nicht mit Eiscreme, sondern mit Obst zubereitet. Und mit ganz viel Obst. Und mit ganz viel Obst.